los geht's genau fast lautlos das ist das ist schon echt super ja sogar leute teilweise aus ein paar meter beschießen und die wissen nicht woher es kommt genau ist die frage ob dann ob man denn auch so eine rote anzeige bekommt oder ich weiß es gar nicht wirklich schon ja doch weil du kannst dir das vorstellen wenn dich eine kugel trifft die dich nicht umbringt dann weißt du dann weißt du ungefähr aus welcher richtung sie kommt so wie der hund eben sind da noch mehr ich glaube das war's hier drin ist munition der hat mich aber eben richtig überrascht ja mich auch nicht das stimmt da einfach ausgezeichnet so erstmal schön nachladen nachladen wichtig genau jetzt habe ich wie im ballern gehört ja hunde so so ich habe nur gesehen wie sie alle umfallen zack klong 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 aber ähm das ist auch eine strategie dass man mal oh hier hat sich gerade eine gesonnt dass man wenn die hunde kommen sich erstmal auf eine erhöhung pflichtet er flüchtet sonst ist man immer stehen geblieben und hat versucht die dann so abzuballern ja das waren mir einfach zu viele und die waren zu nah dran aber das war jetzt aber auch leichtsinnig von mir ja von mir auch die schießen ja hier vor uns hm aber ich habe noch nicht mal ich habe noch nicht mal geguckt und zwar ob ein teufel da ist ah hier gibt es munition ja so äh du hattest noch munition ah hier genau oh dieser munitionsvorrat wurde bereits verwendet ne da ach da ah ok du hattest noch munition nur toll gerade munition eingesammelt kann ich gleich wieder schießen ah ah oh ne wieder so ein feuer teufel oh ne so, da ist erstmal Ruhe hier ist draußen, auf jeden fall ist diese hier oh, es gibt eine Mutti hier, scheiße ich komme dir mal zur Unterstützung, wo ist sie denn? ich habe keine Ahnung ah, ich glaube ich weiß wo oh ja, ich sehe sie hast du sie? ja, und da ist auch der Hinweis ja aber hier kann man ja was einsammeln oh ja, aber ich glaube ich brauche nicht ne, Gesundheit ist das ja ich glaube die beschießen, kann das sein, dass die schon ja, von der Richtung her könnte es hinkommen oh, da ist die, die laufen hier gehen wir zurück da ist einer ja, da ist einer ja scheiße die waren, drei Stück waren das drei drei, ja einer ist nach links gelaufen einer ist nach unten gefallen und einer stand da nochmal hinten dran oh, jetzt sind sie auch rechts von dir rechts von dir so, einen habe ich erledigt sehr gut zweiten habe ich auch erledigt super jetzt muss noch ein dritter irgendwie da sein kannst du mal ich gucke mal, wo denn überhaupt hier ist der eine und hier ist der andere ist sie hier okay auch hier ja, diese Ekelfiecher hier ah ja, sehr gut sehr gut soll ich die mal verbrennen? ja, kannst du verbrennen die mal was haben die denn für Waffen aber gar nicht so tolle Nitrog Expressgewehr aber es waren drei, sagst du ja, ich bin der Meinung es waren drei oder ich habe es falsch interpretiert weil es war so einer ist nach links gelaufen und einer hier irgendwie nach unten aber ich es kann sein, dass der nach unten gefallen ist das den ja auch erledigt hatte also ich hätte wie gesagt zwei erschossen ah, von vorne runter scheiße also vor mir ist noch einer das ist der dritte dann genau aus der Richtung jo alter oh, war das dämlich ah, vielleicht erledigt der die scheiße oh, Junge jetzt stimmt ja, geil alter, das war ein Scheiß Hammer geil gemacht, Attila Wahnsinn das war richtig scheiße hm alter Schwede, ey so, jetzt müsstest du mich wiederbeleben wo ist der Fette oh oh oh, weg der Dicke der Dicke kommt alter ich drücke gerade S und denke so ja, was ist denn hier los oh, der hat es mir richtig boah, ich bin fast tot ja, mir hat er ich dachte eben, warum soll ich denn weglaufen was habe ich getan ich versuche den mal zu erschießen denn, ja ich mache den mal mit einer Dynamitstange platt ja, kannst du machen hier, nimm das ausgezeichnet jetzt können wir die ja ausblütern und gucken, ob die gute Waffen haben genau oh, da ist ja noch ein Dicke jetzt ist ja noch am Leben oh, jetzt jetzt alter also, der hat ja wohl ein Problem so der hat hier eine fette Sniper ach, hier steht übrigens ausgebrannte Jäger können nicht geplündert werden oh, schade also also nicht mehr ausbrennen ja oh, schießt da wieder einer ja ja oh aber von wo, scheiße von irgendwo da ja oh, der hier hat eine fette Sniper hast du auch eine Sniper? ja, ne ne warte mal, ich nenne die mal schnell und gucke mal, ob ich was sehe hm könnte sogar sein, dass der oben irgendwie weiter ist ich sehe den auf jeden Fall nicht oh mich irgendwas hat er mich beworfen mit einer Blendgranate oder so und ich habe nur weiß gesehen eben ich musste weg vor mir oh, jetzt wurde sogar auf mich noch geschossen oh oh okay wir verziehen uns ein bisschen zurück oh ich wurde auch getroffen ich habe ihn auch äh scheiße er hat mich platt gemacht weißt du von wo? ja hinterm Holzschalt war der äh genau da dahinter jetzt quasi oh man ja die gehen mir auch um Pinsel oh nein ey was ist denn hier los? jetzt kriegst du es immer richtig besorgt jetzt bin ich bereit ja musst du wahrscheinlich so Richtung meine Leiche gehen ich vermute ich weiß nicht, ob der mich plündern will oder so ja das ist ne gute Frage okay aber es waren mehrere oder? ich war mir die ich ja ich weiß nicht, ob es nur einer war ja da hinten genau der hat mich erschossen oh verdammt ey sowas blödes schau da links links vom Haus ja einmal habe ich ihn zumindest getroffen ich hätte diese sniper behalten sollen ich weiß auch nicht wie viel spritzen die mitnehmen die Kerle wo wieder getroffen alter guck mal überleg mal du hast ihn getroffen dann hat er sich ja